Hi, herzlich willkommen zu einer weiteren Session Morn Official auf Twitch mit mir und im besten Spiel dieses Jahres höchstwahrscheinlich Elden Ring. Hallo, schön, dass du auch da bist. Wir haben gestern schon zehn, elf Stunden gespielt, abzüglich Gelaber und Klopausen, würde ich sagen. Wir sind ungefähr zehn Stunden im Spiel und jetzt geht es direkt weiter. Ich werde gar nicht lange drum herum reden, denn wir haben viel zu entdecken. Die Welt ist riesig. Ich habe mit der Freundin geklärt, dass ich jetzt erstmal nicht mehr nach Hause komme, nie wieder, nein. Aber zumindest am Sonntag habe ich Geburtstag nächsten, nee, diesen, 28. habe ich Geburtstag, genau, in drei Tagen. Der werde ich wahrscheinlich nicht streamen oder wenn nur sehr spät abends, aber bis dahin und darüber hinaus werde ich die ganze Zeit am Start sein. Und damit begrüße ich vor allen Dingen erst mal dich, Rhabarber 90. Du bist der Erste. Schön, dass du da bist. Ja, wir haben aber wie gesagt wenig Zeit, also wir haben viel Zeit, aber wenig Zeit für andere Dinge. Wir wollen Elden Ring spielen. Wupp, 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 auch Grüße an Lil Biscuit. Da hole ich mir den Green herunter. Hier links steht ein Kaffee und ein Vitamingetränk. Das sollte doch reichen, um die nächsten zwölf Stunden zu überstehen. Ah, Leute. Okay. Fühlt euch nochmal kurz begrüßt. Schön, dass ihr da seid, ne? Okay. Es geht los. Es geht los. Uh, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hier bin. Ich hatte... Okay, mal kurz mal gucken. Okay. Wir hatten hier einiges gemacht, ne? Wir hatten hier den Boss gelegt. Es war unglaublich anstrengend. Also nicht, weil der Boss so schwer war, sondern weil ich einfach so schlecht war. Und jetzt suchen wir uns hier auf diesem Kontinent etwas anderes. Vielleicht gehen wir auch mal links zu diesem Baum. Moin Einfalz Pinselin und Moin Legion. So. Danke auch an Alice und all die anderen liebenswerten Menschen, die heute mit mir dieses schöne Spiel entdecken wollen. Ich werde es so machen wie die letzten Tage. Ich werde, wenn es atmosphärische Ecken gibt, auch mal ruhig sein. Ich mache ansonsten natürlich immer meinen üblichen Quatsch. Da kann man leider nichts gegen machen. Hier nochmal. Komm, einmal nochmal begrüßt euch alle. Hallo. Ich wollte den Chat jetzt nicht ins Spiel reinpacken. Ich habe auch meinen NordVPN-Code rausgemacht, weil ich will, dass das Spiel für sich wirkt und nicht in irgendeinem anderen Kontext gesehen werden muss. Insofern hoffe ich, ihr seid damit einverstanden. Sowohl draußen in den WUDs als eben auch hier. So, und dann gucken wir doch erstmal, ob wir wieder reinkommen ins Spiel. Er hier zum Beispiel. Was ist mit ihm? Er ist traurig. Er hat seine Freundin verloren an seinen besten Freund. Und jetzt plant er Rache. Er plant den Mord an beiden. Damit macht er sich natürlich strafbar und dem muss ich entgegen... mich entgegenstellen. Seht ihr? Das war's. Der Federtierfuß mit 4,10. Der beweist, was ich gerade gesagt habe. Ja, auch Gruß an Neon. Danke, Simon, für die Ablenkung in dieser ätzenden Zeit. Es ist wirklich eine ätzende Zeit. Es ist eine ganz schlimme Zeit. Man sollte eigentlich sich in dieser Zeit versuchen, ein bisschen zusammen zu raffen. Und, äh, wie sagt man so schön, ich bin ja katholisch erzogen, auch wenn ich keine Kirchensteuer mehr zahle, aber den lieben Gott ein feinen Mann sein lassen. Das kann man ruhig mal machen und einfach mal sich um sich kümmern. Ähm, viel mehr kann man wahrscheinlich eh nicht machen und einfach vielleicht ein wenig positive Stimmung verbreiten. Das kann eigentlich nur gut sein. Okay, wie ihr seht, bin ich hier am Ende einer Sackgasse, eines riesigen Grabmals, eines Friedhofs, der schon bessere Zeiten gesehen hat. Ach, und da ist ja der geile Lebensbaum. Das müssen wir uns eigentlich nochmal alles angucken. Da ist auch schon wieder einer. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn da ja an den kleinen Goldbäumen immer, ähm, diese Items sind, mit denen ich meinen Estus verbessern kann. Vielleicht finde ich bei diesen Bäumen immer irgendwas, wenn ich da mal hingehe. Danke, Deathmatcher51 für dein Abo. Das war ja krass. Den Move habe ich noch gar nicht gesehen, das war ja irgendwie so ein extra Zusatzschuss noch am Ende. Okay, komm. Genug rumgespielt. Ah, der hat mich doch noch erwischt. Ich glaube, also hier weiter oben war ich schon, äh, bei dem Turm und hab auch schon den Turm geöffnet und sämtliche darin befindlichen Einrichtungsgegenstände zerstört. So wie es Brauch ist. Gesundheit. Kurz mal gucken. Na, okay, hier war ich ja auch schon, aber das sieht interessant aus, da diese Ecke. Aber vorher gehe ich nochmal in diese Ecke hier rein. Oder, nein, das ist die Ecke, ne, da sind die, ja, ja, da kam ich ja her, okay. Einmal noch kurz hier rechts und gucken. Na, seht ihr da hinten, ne? Das sieht so aus, als könnte man da irgendwas noch machen, aber ich glaube, da war ich auch schon. Also, angeblich zeigen die ja immer irgendwo hin. Das wurde mir irgendwann mal gesagt. Man kann das normalerweise auch entzünden, habe ich gedacht. Vielleicht habe ich dafür noch nicht die richtigen Fingerversuchen oder Gefahr. Was bringt der nochmal? Erzeugt ein Rufzeichen für Koop. Fingerabtrenner, sendet einen anderen oder euch selbst nach Hause zum Schreiben von Nachrichten. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was er mir damit sagen will. Ich riskiere es mal lieber nicht. Gras! Ja. Oh ja, ein Leuchtschädel. Immer geil. Ich habe mir auch mittlerweile angewöhnt, beim Laufen mehr oder weniger die ganze Zeit Y parat zu halten, weil man ja ständig irgendwas einsammelt. Na komm, ich glaube, jetzt können wir langsam wieder das Pferd holen. Äh, ja doch. Genau, ich will nämlich eine Abkürzung. Wir wollen nämlich auf der Karte hier in diese Richtung. Also da lang. Aber vorher nochmal schnell zum Monfire. Danke Rattan94. Nice, dass du da bist. Okay, hier dauert es noch ein bisschen. Vielleicht meine Flaschen nochmal gucken, na woher ich brauche. Na okay, es ist nämlich folgendes. Ich kann es euch gerne erklären, was meine Gedanken sind. Ich kann die Wölfe und das ist die einzige, der einzige Zauber, dem ich momentan mächtig bin, kann ich nicht aufladen. Das heißt, ich kann zwar meine Mana aufladen, aber danach nicht nochmal die Wölfe beschwören. Zumindest nicht in einem Bosskampf, da habe ich es zumindest nicht machen können. Und deswegen gebe ich mir lieber einen extra Estus. Und gucke auch gleich nochmal, ob ich hier noch was habe. 2800 kann man ja schon auch mal irgendwas kaufen, ne. Ah, irgendwie hätte ich gerne mal eine anständige Rüstung. Wir gucken uns das mal an. 11, 10, 12, 10. Okay, dann gucken wir mal in unser... 11, 8, 11, 12. Also es ist nicht schlechter, so viel schlechter ist es nicht. Die Hose eventuell, da kann man mal gucken. Stoffhose, ja, da können wir ganz sicher eine bessere kaufen. Hoffentlich kann ich die tragen. Hoffentlich macht die mich nicht fett. Ja, ein Ticken besser. Kann man ruhig machen. Irgendwann verkaufe ich auch mal meine ganzen Klamotten, die ich wirklich nicht brauche. Aber ich traue mich im Moment noch nicht. Da, das wären die Lederhose. Ja, wobei, die, die ich schon habe, ist natürlich ein Ticken besser, oder? Wenn man das so sieht. Ja, hätte ich die vielleicht gar nicht. Egal. Komm, dann verkaufe ich dir schnell mal den Kram, dass ich den weg habe. Und keine Sorge, es sind wirklich nur die Klamotten, die keine Sau braucht. Die Waffen lasse ich diesmal da. Das hier 10 auf Feuer. Ah. Nein. Gut, Glück gehabt. Ja, Gottfried Soldatenstulpen sind schon besser, ne? Machen wir das. Ziehen wir gleich noch die Stulpen an. Da. Na, sieht man. Ist ein Ticken besser. Okay, ein letzter Verkauf noch. Und zwar nur noch die Stulpen, die ich gerade gewechselt habe. Das irritiert mich sonst immer. Ich brauche auch nicht so viel Kram in meinem... In meiner Kiste. Das Ding sieht interessant aus. Das Ding hier... Ne, das Ding bringt gar nichts. So. Okay, los geht's. Geil, dass es weiter geht. Ich bin mal ein bisschen ruhig, dann könnt ihr ein bisschen Atmo genießen. Ich komme aber wieder, keine Sorge. Geil, dass es weiter geht. Ciao. Okay. Das war's. 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 Okay. Okay. Das war's. 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 Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das. Das war's. 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 gespannt. Okay wir gucken. Spiegelgefängnis. Ich weiß nicht immer, was du bist. Natürlich ist hier ein Endboss. Oh, der sieht schnell und schlitzig aus. Als könnte der... Vielleicht mach ich erst mal noch das Schild. Check erst mal, was der so kann. Schnell. Oh, er zieht mir auf jeden Fall trotzdem Energie ab. Das mag ich nicht. Dann mach ich doch lieber gleich beidhändig. Oh, das war ein Versuch. Lass mich doch in Frieden. Man wird doch mal kurz nochmal in die Luft hauen können. Okay. Jetzt kommen hier die Midrange-Attacken. Vielleicht ganz gut. Ne, dauert zu lange. Shit. Okay. Ich hab die falsche Waffe. Oh, Mann. Die Reichweite ist einfach nicht hoch genug. Der Hammer ist hier wirklich schlecht, ne? Ich kann jetzt aber auch nicht mehr wechseln. Sobald ich sterbe, werde ich mal eine andere Waffe ausprobieren. Ich hab ja noch eine, aber die ist auch sehr lang. Die ist auch sehr lang und schwer. Aber dafür, wenn der Hammer trifft, dann ist das auch nicht schlecht. Na, ganz knapp. Oh, shit. Oh, oh. Rollen, rollen, rollen. Okay, langer, harter R2-Schlag bringt hier wirklich gar nichts. Das ist einfach viel zu lahm, aber ich hätte ihn gerne. Ich würde ihn gerne mal so wegwämsen einfach mit der Stärke meines Hammers. Hahaha, okay. Hahaha. Hahaha. Na, endlich. Was kommt jetzt? Shit. Habt ihr es gesehen? Ganz knapp, ne? Ich hätte es vielleicht sogar schaffen können. Ah, ich muss dringend mal das andere Schwert probieren. Die Reichweite ist da einfach besser. Ich glaube, hier wäre Magie auch ein geiles, geiles, äh, Ding zu haben. Ah, da wollte ich gerade ausholen. Okay, das haben wir jetzt gelernt. Ist ein netter Gegner, wirkt aber relativ leicht. Bin mir da nicht sicher. Oh, Marie-Casphal ist jetzt in diesem Fall hoffentlich davor. Bin mir nicht sicher, genau, wann die aktiviert werden. Manche, manchmal stehen da welche. Ja, genau. Okay. Weil es gab keine Bestätigung, dass das aktiviert wurde oder so. Ja, nehmen wir das Großschwert, auch wenn das natürlich auch ziemlich lahm ist, aber ich glaube, ein bisschen schneller ist es. Na, habt ihr gesehen? Wollte ich aufladen? Hätte beinahe geklappt. Muss ich mir merken. Oh, shit. Ja, nicht schlecht. Nee, der hat einfach gesehen, dass ich da den langen Atem gerade versuche. Nein! Okay. Ja, bin ich natürlich voll reingesprungen. Ich dachte vielleicht, ich halte das aus, aber nee. Der Frost. Der Baufrost. So. Jetzt kommen wir langsam rein. Das ist natürlich auch ein Boss. Muss man ein bisschen lernen, aber ich glaube, so viel hat der gar nicht. Ich wünschte allerdings schon, dass ich jetzt ein paar schnellere Waffen hätte oder mich selbst ein wenig schneller gemacht hätte. Aber dafür ist es jetzt zu spät. Das ist es, So knapp ey Ich war schon fast Kontakt Fast in Kontakt war ich schon Ja zu langsam Bisschen Abstand Und so Shit Nee, nee, nee Einfach besser abrollen Schwierig Ja doch Der kann schon was Ich rolle doch Nein Ah, ja okay, klar Doch, der ist doch ein bisschen kniffliger, als ich jetzt am Anfang gedacht habe Ich überlege, ob ich nicht vielleicht Ob ich nicht vielleicht doch die Ah, ich weiß nicht, jetzt habe ich gerade das Schwert Ich probiere es nochmal mit dem Schwert und dann könnte ich nochmal mit dem Hammer probieren Aber vielleicht muss ich mit denen auch merken Ich merke ihn mir jetzt schon mal vor Für später, wenn ich wieder mal ein bisschen Magie habe, ne Oder was schnelleres Ich habe halt einfach sehr Langsame Waffen Hat bisher auch gut geklappt, aber Hier halt nicht mehr Bam Das merken wir uns Ich mag diese Markierung Ist total gut Einmal probieren wir es noch Man könnte es auch mal mit Parry versuchen Das stimmt Bin ich nicht so der versierteste drin Aber kann man mal versuchen Och komm, ernsthaft Okay, wir versuchen mal Parry Ich glaube nicht, dass das was wird Na komm, mach was Na, okay So, wir versuchen jetzt mal nur Parry Dazu muss ich natürlich auch in die Richtung kommen Ne, hat nicht geklappt Nochmal ein bisschen mehr Okay Ne, der geht nicht Der ist wahrscheinlich unblockbar, oder? Unparrybar Komm, einmal noch Hat das was gebracht? Ne, ne Das hat nichts gebracht Ja Habt ihr gesehen, ne? Hat geklappt Okay, komm, mach Mach was Ne Ja, ich glaube für den bin ich zu lahm noch Da kann ich wenig machen Der eine Parry, den nehme ich gerne mal so mit Als Lob Aber es hat noch nicht Ich mache noch einen Aber ich glaube, ich schaffe den noch nicht Ich muss mal ein bisschen stärker noch werden Was ja auch so ein bisschen Teil von Elden Ring ist Dass man immer irgendwo gegen eine Wand läuft Bis man merkt, da brauche ich eine Bohrmaschine Aber das ging immerhin schon Einmal gut mit dem Parry Immerhin So, habe ich vielleicht Was kann ich denn noch machen? Ah, vielleicht sollte ich Das Ding macht 170 Auch 170 Bleiben wir erstmal hierbei Ein letztes Mal Ein letztes Mal Nein, also Parry ist bei ihm doch Es geht, aber es ist nicht so leicht Ich bin mir auch nicht sicher Da muss ich vielleicht ein anderes Vielleicht brauche ich da eher den Parry-Dolch Oder ein anderes Schild Oder vielleicht auch einfach weniger Gewicht Okay, einen noch Das ist jetzt wirklich der Letzte Danach gehe ich woanders hin Und warte ab, bis ich stark genug bin Das ist ja auch Eine Erkenntnis Das ist der letzte Versuch Das ist der letzte Versuch Obwohl er mir nicht so viel Schaden Bisher gemacht hat Na komm Baiti Reno Baiti McBaitenson Komm jetzt schon Patrick Bateman Ah, shit Da schwingt er sich Einfach so Super unfair Durch meine Schläge hindurch Oh, hier habe ich übrigens Kleinen Schieß entdeckt Hier kann ich ihn leichter Hier komme ich Wenn ich hier am Rand stehe Komme ich unter seinen Schlägen auch mal durch Shit, da hätte ich einmal weniger rollen müssen Ah, nicht hingehauen Warum läufst du denn so dahin? Das ist, weil ich anvisiert habe Ist nicht hilfreich Okay, okay, okay Immerhin Ist auf jeden Fall ein harter Kampf Macht aber auch Bock Einmal das falsche Timing Shit Oh, zweite Phase oder so Sofern es sowas hier bei ihm gibt Oh, okay Ja, man kann nicht mal ausholen Das wird bei mir nix Das wird bei mir nix Der uralte Held von Zahmoor Darf noch ein paar Tage weiter In seinem Siegelgefängnis Vor sich hin stinken Ähm Ne Wir gehen woanders hin Von hier aus Wie viele Stunden hat Simon schon gezockt? Ungefähr Jetzt fängt die elfte Stunde Fängt an Halbinsel der Tränen Das haben sie sich gut ausgedacht Kann ich gut verstehen Also, da gehen wir ein andermal hin Wir hatten hier noch die zwei Genau, da haben wir aber auch schon Die vierte Kirche haben wir auch schon Abgehakt Dann gehen wir doch mal noch hier hin Ja Zwei und drei Die vierte Kirche Nein Alter Komm Du willst es halt auch so, ne Das ist halt auch so, ne Ah ja Hier ist genau Das kann man sich eigentlich auch mal merken Das Mausoleum Welches nehmen wir davon? Ach, nehmen wir das Nehmen wir einfach das Simon hat das Spiel Dinge, die dir bisher nicht so gefallen Wie würdest du das Game bewerten? Ey Ich hab das schon ein paar mal gesagt Ich bin tatsächlich einer von denen, die sagen, das Spiel ist nahezu perfekt Weil Bei allem, was einem nicht gefällt Kann man durchaus sagen, dass es wahrscheinlich von den Entwicklern so gedacht ist Eine Sache, die mir Die ich jetzt nicht so geil finde Ist dieses komische Gehüpfe mit dem Pferd Weil das meine Suspension of Disbelief schon sehr auf die Folter spannt Es ist halt einfach Es sieht halt dumm aus Und man fragt sich, warum Warum ist das so? Warum muss ich mit diesem Pferd 100 Meter in die Luft springen? Aber irgendwie stört es mich auch nicht Aber das wäre Wenn ich eine Sache finden müsste, dann wäre es wirklich das Und viel mehr habe ich nicht Okay Goldene Rune, okay Aber nur eine Bringt vielleicht 1000 Das nochmal 1600 Das reicht ja nicht Kann ich nicht viel kaufen hier Was hat er denn so anzubieten? Oh, den Opferzweig Immer gut Der ist ja gar nicht so schlecht Der Zweihänder Den würde ich schon gerne irgendwie Ist der? Der ist gar nicht so schlecht Der sieht nicht schlecht aus Geschicklichkeit 11 Den könnte ich also gleich benutzen Mit einem Level Up Das ist auch eine sehr gute Idee Mann, hier muss ich nochmal hin Den merke ich mir Auch wieder auf der Karte Weil das ist ein guter Typ Markerplatz Ziehen da nicht so ein Was könnte hier Händler sein? Nehme ich den für Händler So, hier werde ich gleich nochmal hingehen Jetzt muss ich kurz Eine Sekunde Es ist wirklich Es ist sehr dringend Ich mache auch keine Werbung oder gar nichts Ich muss kurz pinkeln Aber das dauert nur eine halbe Minute Wir sehen uns gleich wieder Tschüss Was sind die Amen. Amen. Ich bin wieder da, ich bin wieder da, keine Sorgen. Da bin ich. Schön, dass ihr gewartet habt. Und schon geht es weiter. Wir haben einen Plan. Wir wollen nämlich Kohle kriegen für den Zweihänder und vielleicht sogar für diese ein, zwei anderen Geschichten, die der Händler hier hat. Der sieht sehr, sehr interessant aus, muss ich sagen. Auch er hat so einen Rückenkratzer mit Musikinstrument. Ich würde ihn gerne mal spielen hören, um ehrlich zu sein. Das hätte ich mir mal gewünscht. Okay, welche Ecken wollen wir uns noch angucken? Da gehen wir noch hin. Ja, eins und drei. Das reicht. Ein Spatz. Ein Spatz. Ein Spatz. Ich habe sehr viel schon gesammelt und frage mich, wann ich all diese Sachen mal wirklich verwenden kann. Ein weiterer Friedhof. Hier haben sie sich nie mal die Mühe gemacht. Nicht mal die Mühe gemacht, irgendwelche Kreuze aufzustellen. Leg die Särge einfach um die Ecke. Da oben aufs Feld. Dem hat es wohl hier nicht gefallen. Mindestens einem hat es hier nicht gefallen. Nö, nö, dann gehe ich woanders hin. Eigentlich gemein, ne? Wir klauen die ganzen Gräberbeigaben. Naja. Ja, da bedauert er den Tod seines Liebespartners zu spät. Oh, das war sogar ein Vater. Vater Wolf. Na, scheiße. Leider hat er noch die Kollegen gerufen. Na, komm. Na, komm. Na, könnte sein, dass es hier endet. Ja, schade. Auch hier wieder irgendwelche Notizen. Ich finde es lustig, wie einfach jeder irgendwelche finsteren Ecken sucht, um da dann seine Notizen abzugeben. Finde ich lustig. So. Okay, jetzt nach rechts. Das ist ja auch so eine Sache, die eigentlich blöd ist. Aber es funktioniert halt so gut und es macht auch so Spaß. Also muss man sich fragen, naja, eigentlich ist es so ein bisschen wie Quality of Life. Es sind halt so kleine Dinge, die es halt einfacher machen. Auch wie, dass man Dinge vom Pferd aus einsammeln kann, dass man da nicht absteigen muss oder so. Das ist schon irgendwie nicht verkehrt, finde ich. Da bin ich hoch, da ist oben was. Das kann man nicht einfach nur liegen lassen. Wo kommen wir denn da hin? Zumindest nicht in die Ruhmeshalle. Oh, apropos, genau, ich bin ja auch noch am Tisch. Der, weiß ich nicht, irgendwie der runde Tisch bin ich irgendwo eingeladen. Muss ich mir auch nochmal angucken. Da kann ich sicher auch noch was machen. Da war ich gar nicht mehr seit meiner ersten Einladung. Oh. Gut, böse. Ah. Ups. Na, was willst du machen? Boah, das ist aber süß. Nein, nein, für so einen kleinen Kram habe ich jetzt keine Zeit. Wie schwer findest du das Spiel bisher? Also ich finde, dadurch, dass man so unfassbar viel Auswahl hat, wird das Spiel einfacher. Wobei die einzelnen Konfrontationen immer noch sehr, sehr anspruchsvoll sind. Und es aber natürlich auch dieses Mal wieder davon abhängt, welchen Charakter man hat. Also ich glaube, Magie ist bei vielen Gegnern ein Ticken einfacher. Und, äh, ja. Ja, generell ist es eines der leichteren Spiele aus der Reihe. Aber das sage ich jetzt auch nur, weil es bisher halt, uh, äh, nicht absolut vernichtend nervig schwer war. Komm, Digga. Das muss doch nicht sein mit eurer Kombo hier. Die will doch keiner hören. Ja, gerne kannst du hier hochkommen. Kannst hochkommen, kann ich hier runterkicken. Ja, nicht mit dem Pferd. Na, der nächste. Du mit dem Schild. Ja, komm doch einfach. Shit. Timing verplant. Du, ja. Mein Schild hat hier nicht geholfen. Ich brauche mal, das ist eigentlich komisch, brauche mal ein anderes Schild. Es hat doch körperlich 100. Ja, vielleicht muss ich mir das nochmal genauer angucken, was ich da falsch erinnere. Was machen wir mit dir? Dich killen mal, ne? Von oben. Shit, guckt euch den an, wie der sich hier anschleicht. Nö. Machen wir später. Machen wir später. Wie die alle sich gar nicht darum kümmern, was mit den anderen Kollegen passiert ist. Aber derselbe Scheiß wird immer wieder abgespult. Nein, es ist eine Falle. Ah, eine Fallenkiste. Die schickt mich jetzt nämlich irgendwo hin, in die Pampa. Okay, wie ihr seht, ein völlig neues Areal. Was? Krass. Komplett im Norden. Eigentlich geil. Eigentlich geil, oder? Wieder ein neuer Shit. Wo bin ich hier? Das sieht alles irgendwie so knackig aus. Das sieht so freundlich aus und gleichzeitig bedrohlich. Diese Farben gibt dir, wie gesagt, immer so was Nostalgisches. Man hat so irgendwie das Gefühl, wie nach Hause kommen. Aber es sieht schöner aus, als man es in Erinnerung hat. Weil man ja wirklich eher so diese super ekelhaften, super schönen, aber sehr, sehr, sehr morbiden Hintergründe und Welten von Dark Souls und Bloodborne kennt. Und Sekiro war ja schon ein bisschen heller, ein bisschen freundlicher. Aber ich finde, man hat trotzdem hier immer noch genug von dieser Art Düsternis. Das Gute ist, der hat schon unten so kleine, offene, offene Füße. Der hat so Hühneraugen. Und da kann ich draufhauen. Ups, okay, so nicht. Oh, vielleicht sollte ich hier mal schnell den Hammer nehmen. Okay. Der hat auch schon ein paar andere Moves, als die, die ich bisher kennengelernt habe. Der ist schon ein bisschen stärker. Oder zumindest hat er ein paar andere Bewegungen drauf. Das kannte ich noch nicht. Auch hier wäre Magie wieder wahnsinnig hilfreich, weil man einfach nur geben muss. Shit. Oh, okay. Ja. Ich versuch's nochmal mit dem. Der wirkt, als könnte man ihn mit viel Ausdauer erledigen. Der hat sehr wenig Schaden auch genommen, ja. Aber er liegt schon auch hier wie ein optionaler Boss. Aber man muss eigentlich so lange an den Fuß hauen, bis er umfällt. Und dann kann man ihm ganz gut was geben. Nee. Nee, nee. Ja, der ist wirklich stärker als seine Kollegen. Deswegen ist er wahrscheinlich auch komplett im Norden. Aber einmal möchte ich es noch machen. Einen Versuch möchte ich noch machen. Es ist so geil, gegen solche großen Gegner anzutreten. Auch wenn man kaum eine Chance hat. Es fühlt sich jedes Mal irgendwie so episch an. Aber die Größe macht es einfach. Ja. 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 Na, jetzt ist er abgehauen. Das könnte sehr schwer werden, gegen den zu bestehen. Da brauche ich eine stärkere Waffe, die ein bisschen mehr abzieht. Aber eigentlich kann man diesen Moves relativ leicht ausweichen, wenn man nicht... Ja, komm her. Schön rein. Nein, 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 weg von seinen Füßen. Ja, das meine ich. Man hält einfach nicht genug aus, um mit ihm sinnvoll kämpfen zu können. Aber ich würde ihn gerne besiegen. Ich finde ihn ganz toll. Er soll liegen. Na gut, gehen wir dran vorbei. Wir sind halt echt an einer schweren Ecke da oben. Die königliche Hauptstadt, okay. Bauch versuchen. Ich kenne die Tricks. Danke. Hier ist normalerweise ein Teleport. Lässt sich jetzt nicht einsetzen. Wahrscheinlich erst, wenn man ihn erledigt hat. Ah, okay. Ah, okay. Ja, dumm. Vielleicht kann man nochmal versuchen, was so ein Schlag mit Zweihänder bringt. Auch nicht gut, auch nicht gut. Ich lasse nicht. If so. Okay. Ja,cision. Wir sind um, den Menschen anzlachen. Ja, ich lasse nicht hier. Okay. 夜. Ich lasse nicht. Ich lasse nicht. Ja, Dinge. Aber da das ist, was so ein Schlag mit der Schlag mit der Schlag, der Schlag. Ja, ich lasse nicht. Aber das war nicht. Aber da geht los, was so ein Schlag. Ich lasse nicht. Und da. Ich lasse nicht. Ich lasse nicht. Ah, CT einmal verhauen. Kannst du nicht runterfallen? Jetzt würde ich ihm gerne einen leichten Tritt geben. Nein. Au, au, au. Okay, nein. Das ist auch was für später, merke ich mir auch mal auf der Karte. Das habe ich ja letztes Mal gestern auch so gemacht. Erst alle markiert, wo ich nicht weiterkam und dann später habe ich sie massakriert. Meine Seelen hole ich mir aber schon nochmal zurück. Und dann kann ich mich ja weiter weg wieder schicken. Leider werde ich den Ort von eben nicht mehr so schnell finden. Doch, genau. Ich habe ihn mir ja markiert zum Glück. Da ist ja auch direkt ein Feuerchen. Gut, den habe ich wohl verdient. Und hier runter gibt es wohl auch nichts. Ich gehe trotzdem nochmal weiter. Ja, der Chat sagt es, der hätte ruhig ein richtiger Boss sein können. Stimme ich zu. Der war schon, der ist schon so stark, dass man da gerne auch vier Punkte bekommen würde. Ja, also hier kann wahrscheinlich ein Lift kommen, der aber jetzt hier nicht kommt. Warum? Who knows? Okay, hier sind wir noch sehr, sehr weit entfernt von dieser Ecke. Wir wollten ja eigentlich hier weiter hingucken. Machen wir auch. Und es ist sehr interessant, an diesem Ort kommt man scheinbar wirklich nur mit der Kiste. Aber jetzt kann ich mich da ja hin teleportieren. Also habe ich ja eigentlich ganz gut was erreicht, finde ich. Da haben wir was gefunden. Wie viele habe ich denn? Tausend? Okay, Richtung 3. Wie lang, glaubst du, dauert das Game noch von dem Punkt, wo du bist? Ach, ich würde sagen, mindestens 50, 60 Stunden ist wahrscheinlich schon noch etwas, was mich erwartet. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr großes Spiel. Und man, niemand von uns ist ja jetzt auch am Durchheche hetzen. Also wir lassen uns ja schon Zeit auch. Von einem vorbeifahrenden Hammer mitgenommen. Moin aus Stade, die Vereinigten Wollgesichten grüßen des Mons Fanbase. Besondere Grüße an Simons Frisur. Ich werde es ausrichten. Hier sind sie, die supergeilen Oktopodenknäuel. Was ist das hier? Okay, man kann es irgendwie nicht nehmen. Was für ein krasser Gegner, oder? Was für ein gemeines Schwein. Ha! Okay, versuchen wir es mal so. Gott, der macht ja gar keinen Schaden. Wie lange dauert das denn? Ach, das dauert zu lang. Nein, nein. Ich werde jetzt nicht 10 Minuten lang mit diesem Dödel da kämpfen. Das machen wir ein andermal. Aber hier würde ich schon gerne wissen, was da ist. Komisch. Oh, ganz viele Schmetterlinge. Die kann ich sicher auch irgendwann mal gebrauchen. Hoffentlich verbrenne ich jetzt hier nicht. Oh, komm, hüpf doch nicht so rum hier. Mal ein bisschen kämpfen. Okay. Schwelende Schmetterlinge. Habe ich einige schon? Hört ihr das? Da hat gerade jemand gesungen. Du nicht. Ihr hört es auch. Geil, da gehe ich hin. Ich mache mal ein bisschen Atmo. Das klingt wie eine Atmo-Stelle. Das klingt wie ein sol. Ich habe es auch. Aber ich mache mir das auch. Und das klingt wie ein bisschen, um es geht. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich dachte, der wäre schon tot und plötzlich war der doch nochmal da. Ach, wie toll, ne? So eine alte Frau mit langen, grauen Haaren und diesen Fledermausflügeln. Huiuiuiui. Ekelhaft und geil zugleich. So, zurück, Seelen holen und dann gehen wir da weiter runter. Das sah interessant aus da unten. Möchte ich mich nochmal genauer erkunden. Äh, ich weiß auch nicht. Ach, das ist schon. Okay. Genau, ein Traum für Venenarius. Venenarius Aveditatis kennt diese Dame. Es ist nicht seine aktuelle Freundin, doch er hat schon einige Abende mit ihr und einem guten Blutwein verbracht. Da sind die Seelen irgendwo. Also muss ich nochmal hoch. Genau. Only ein Traum! Ja, okay Aber immerhin habe ich meine Seelen wieder Ey, Mann, nimm die Seelen Ja, habe ich, ne Krass, okay, die sind hart Da würde ich gerne nochmal hin Aber der Hammer ist ein Riesenfehler Ich brauche den Hammer nicht Der ist einfach zu lahm Ich bin nicht stark genug und nicht schnell genug Okay, ich wechsle die Waffen mal Habe ich denn mittlerweile, Moment Ich kann ja eigentlich mir mal hier dieses Großschwert jetzt kaufen Das wollte ich ja die ganze Zeit machen Das machen wir doch einfach mal 2000, oder? Ja Das ist nicht schlecht Und hier sind, weiß ich gar nicht wie viele 800, okay Weiß nicht, ob es reicht Vielleicht muss ich ein bisschen was verkaufen Scheiße 3, 5 5, 6, 7 Müsste man eigentlich noch hinkriegen, ne? Müsste man hinkriegen Sachen, die man wirklich nicht braucht Wurfmesser Was ist das eigentlich von Objekten? Sind die, okay Habe ich schon irgendwas richtig viel Da Pilze Kann ich immer wieder finden Da Rova-Frucht Ist sehr sehr hilfreich Aber Finde ich überall Kann man sein Pferd mit Füttern Und das kriegt dann längere Eine längere Leiste So Da haben wir es Ich kann es noch nicht nehmen Weil ich noch ein Geschick brauche Okay Das ist aber nicht so schlimm Denn Dann werde ich mir jetzt gleich noch ein Upgrade holen Aber erstmal wechsle ich wirklich noch die Waffe Zu meiner Meinem Lieblingsschwert Dass ich auch mal ein bisschen aufleveln könnte Jetzt aber Versuch Nummer 3 Ich weiß noch nicht was da unten ist Aber ich möchte natürlich einmal Mich unten umgucken Da ist sicher irgendwie auch wieder geiler Loot Es ist immer geiler Loot am Start Bei sowas Vielleicht ist auch hier oben was Oh Das noch mehr Okay Oh 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 Also Alleine dadurch Um nochmal auf diese Schwierigkeitsthematik einzugehen Alleine dadurch Dass man hier Ich gucke mal links Was da noch ist Dass man ja hier so ein großes Areal hat Und wunderbar Mit dem Pferd Entkommen kann Äh Man auch einfach genug Umgebung hat Um zu kämpfen Dadurch wird es auch Ein Ticken einfacher Es gibt aber daneben auch Diese Dungeons Zum Beispiel Wo man dann immer Im sehr kleinen engen Raum In einem sehr kleinen engen Raum Angegriffen wird Und sich Äh Okay, also Schild bringt hier nix, ne? Weil der sich so festkrallt. Kann man sich auch mal merken. Das klingt so cool. Ach du Scheiße, die... Das sehe ich jetzt. Die ist da wirklich am Beten, ne? Wie kann ich die kriegen, ohne dass ich... Komm, ich lock erst mal die anderen an. Bin schön auf den Kopf gefallen. Und weg ist sie. Das ist ja schon interessant. Nee, 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 okay. Energie, Energie, Energie. Ach, das gift jedes Mal, ne? Okay, dann mache ich jetzt nochmal eine Sache. Das ist nicht so einfach, die Ecke, merke ich. Das soll einen da auch hinlochen. Jetzt werde ich hier vergiftet meine Seelen immerhin wiederholen. Die Runen lasse ich nicht einfach liegen. Und warum ist sie tot? Aber ich habe ja doch gar nichts getan. Ich bin doch nur auf den, auf den Dödel da, auf den Kollegen draufgesprungen. Ah, okay. Okay. Jawoll. Hat er immer noch einen. Guckt sie euch an. Was für ein geiler Gegner. Na, immerhin hat so ein bisschen Kohle dabei. Ja, schade. Ich wollte sie wirklich nicht umbringen. Hm. Es ist, wie es ist. Ich möchte nach Hause. Ja, schade. Ich habe natürlich keine Energie. Das heißt, ich kann sehr leicht jetzt auch sterben. Ich finde wahrscheinlich auch auf die Schnelle nichts mehr. Okay, hier hätte man also auch anders hinkommen können. Dann rollen wir doch nochmal einen neuen Raum auf. Gehen wir ja einfach nochmal zur Kirche. Und sammeln ein Level ab. Kurz die Abcheckung. Wie viel brauchen wir? Noch ungefähr 3000. Und dann können wir das Doppelschwert endlich auch benutzen. Na, dann suchen wir uns mal ein paar Gegner. Oh, jemand fragt, ob ich das Bild etwas heller stellen könnte. Kann ich gerne mal machen, ja. Also, ich habe da noch bisher noch nicht dran rumgefummelt. Aber kann man sicherlich machen. Erweiterte Einstellung hier vielleicht? Nee, auch nicht. Hm. Ich glaube, das geht in dieser Geschichte hier nicht. Doch, HDR? Nee. Tutorials, Untertitel, HOD, Helligkeit. Da ist es ja. Ich mache es mal ein bisschen heller für euch. Okay. Okay. Oh, da ist eine Tür? Oh. Ich habe ja eine Kiste erwartet. Okay, gut. Ihr seid meine Punkte. Auf euch warte ich die ganze Zeit. 67. Oh, Mann. Das ist schon fies, ne? Das Teleportieren ist natürlich ein geiler Skill. Okay. 2800. Das dauert heute aber wieder. Ah, vielleicht ist ja hier was. Meistens sind hier ja immer kleine Kellergewölbe. What? Bist du? Oh, Moment. Ich muss erst mal aus dem Sumpf raus. Ja, toll. Das war ja unnötig. Hm, da unten ist auch eine Hütte. Da gehe ich gleich mal hin. Erst mal gucken, was hier wirklich passiert. Ne? Und jetzt hier so ein bisschen Magie. Wiu, wiu, wiu. Einfach immer so ein bisschen Magie. Das wäre schön. Geht aber nicht. Schade. Ach, das ist die Ecke, ne? Mit dem... Ja, oder? Sieht aber irgendwie anders aus. Ne, es ist die Ecke. Dann hole ich mir kurz meine Heilung wieder. Schön. Ein bisschen am Strand kann man ja auch mal entlang kämpfen. Na, immerhin. Ein bisschen Punkte bringen soll. Ja, das ist die Ecke. Warum nicht gleich so? 3.200. Nicht mehr lange. Jetzt hätte ich gern langsam mal wieder so einen Bosskampf, wo man zwar erst mal kein Land sieht, aber schon auch weiß, man kann es schaffen. Ich habe auch noch nicht in mir alles angeguckt, aber es gibt auf jeden Fall noch genug zu tun. Oh, da hinten sind ja noch mehr. Okay. Komm, keine Zeit für dich. Ich muss deine Kumpels töten. Da gehen wir schnell hin. 3.300. Wie schon gesagt, ihr könnt links und rechts schwingen mit den Waffen. Können Sie aber auch wie hier so quasi lauernd. Oh Mann. Das ist viel. Ich bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist hier mit dem Pferd, aber wir versuchen es mal. Ne. Okay. Dann mal so. Ah, okay. Das ist also der Angriff. Wenn sie einen haben, dann saugen sie an einem rum. Schon wieder, okay. Okay. Das erinnert mich ein bisschen an den Kampf in Dark Souls 3 mit diesen Mönchen, wo der Endboss mehr oder weniger einfach eine Menge Mönche ist, die man alle nacheinander erledigen muss, während man die ganze Zeit angezaubert wird. Nein, 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 nein. Gib mir doch ein wenig mehr Zeit. Bitte gib mir noch Zeit. Ich bin auch nicht bereit für den schnellen Tod durch das Schwert. Der Tod ist verkehrt. Bin schon oft eingekehrt. Möcht mich nochmal kaputt gehen, ja. Das waren sie alle. Der Strand ist sauber. Die Touristen können kommen. So, 4000. Kann man fast überlegen, sich nochmal ein zweites Upgrade zu holen, wenn wir doch ein bisschen loopen. Zack. In die faulige Fresse. Ha, 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 ha. Das ist das geil. Es macht einfach Bock. Die sind halt echt, die können halt gar nicht. Sie haben Kerle. Die lagen wahrscheinlich die letzten 100 Jahre, lagen die irgendwie vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord. Aber sowas von. Und dann kommen sie hierher, können sich kaum bewegen. Der Magen knurrt, weil er immer leer ist. Die Haut sieht furchtbar aus. Das ganze Salz und die Sonne und dann natürlich auch die Fäulnis. Und den Kopfschmerzen hast du auch. Und hier ist kein Ratiopharm um die Ecke. Also es ist, sie tun mir leid. Ich helfe ihnen eigentlich nur, indem ich ihr Leiden beende. So. Ich bin typisch deutsch. Deswegen werde ich mir schon mal ein Handtuch hinlegen hier. Ist ja früh morgens. Da wissen alle Bescheid. Hier ist der Deutsche. Nein, ich bin ja Tscheche. Hier liegt der Tscheche. So. Weiter am Strand. Es macht mir sehr viel Bock. Was ist das? Ach so. Das sah so aus, als würde sich da was zusammenbauen. Das ist echt schade, dass ich hier diese Oktopodenbälle, die Oktopalls, dass ich die nicht killen kann, weil die einfach noch zu viel Energie haben. Kann man nur mal einen mitgeben. So. Damit ihr weißt, wer der Chef ist. Da oben ist Asche. Die werde ich mir gleich holen. Okay. Jawohl. Und deswegen ist diese Pferdenummer zwar ein bisschen weird, aber auch bockig. Aus Versehen daneben gehauen. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal geradeaus hier zu diesem großen Baum. Und gucken uns das nochmal genauer an. Später kann man ja zum Händler einfach reisen und unsere Runen gut investieren. Ach, ich würde gerne mir wünschen, dass das Ding wieder rumläuft. Das tut mir fast leid, dass ich dafür gesorgt habe, dass es sich nach so langer Zeit hinsetzt. Kommt doch wahrscheinlich nie wieder hoch, das Ding. Oh nein, da oben ist die Ballista. Äh, hier. Da wollen wir nicht. Na gut, komm. Ihr gebt wenigstens ein paar Punkte. Das wollte ich machen. Ich wollte eigentlich mal zwei quasi in einer Linie anordnen. Aber das klappt gar nicht immer so gut. Und der hier, der denkt immer noch, er kann was. Der hat von seinen Brüdern nicht gehört. So geht der Oberchef mit dem Pferd. Den hat der Nils sogar auch schon erledigt. Brauchst also gar nicht hier so zu tun. Diese schlitzigen kleinen Diebe. Ich brauche ein schnelleres Schwert und ich brauche ein Zauberstab. Das sind meine Wünsche. Na er hier, dachte er, er kann sich einfach so dummdi dumm. Ich bin gar nicht, ich gehöre nicht dazu. Ich kenn ihn nicht. Mit gefangen, mit gangen, würde ich sagen. Ich bin gar nicht, ich bin gar nicht. So, ich weiß, wir gehen da jetzt nicht nochmal runter. Aber ich würde schon gerne wissen, was das bedeutet. Wie kann ich da, wie kann ich damit interagieren mit der Dame? Soll ich vielleicht von der anderen Seite mal kommen? Vielleicht hilft das ja. Ja. Aber ich sage dich nicht. Da hätte ich jetzt gerne das Fernglas, um mir das mal einfach genauer anzugucken. Ihr seht das auch, ne? Die ist irgendwie... Ich glaube, die Person, die da liegt, die bleibt auch tot, die ist da tot. Aber dieser große Vampir-Fledermaus-Verschnitt. Die fressen das, okay, die essen da einfach jemanden. Doch, sie singt ja tatsächlich, man sieht den Mund sich bewegen. Da ist sie wieder, die Omsen. Fleder-Oma. Na, komm. Willste? Ich hätte schon gerne deine Runen. Scheint sich ja gut zu verdienen hier, du mit deinem Gesang. Das ist ein schöner, interessanter Moment. Haben sich an ihm gelabt. Ja, das könnte eine Harp-Pyre sein. Das ist keine Objekte voraus. Das muss eine Lüge sein. Ne, scheint zu stimmen. Na gut, ich glaube dir mal. Spruch. Kannst du dich einen Zentimeter höher packen? Ja, ähm, ich dachte, ich hätte es richtig... So, ich dachte schon, ich hätte es richtig eingestellt. Sorry. An dieser Stelle an alle. Ich weiß natürlich, ihr wollt es gerne sehen. Ich selbst würde es auch sehen wollen. Okay. Ein weiteres Mal gucken wir. Wir wollen ja eigentlich... Ja, hier waren wir jetzt schon. Hier ist noch was. Da können wir nochmal hin. Zwei und vier. Gehen wir nochmal hin. Drei hatten wir jetzt. Mehrfach. Oh, das war Glück. Okay. Drei haben wir. Es ist so toll irgendwie, dass man sich auf diese Art die Stellen merken kann, zu denen man noch will. Und dann geht man da hin und weiß man, oh geil, das habe ich alles gesehen. Weil nur aufgrund der Map wäre es schon ein bisschen kniffliger, finde ich. Muss man sich halt wirklich sehr viel merken, auch dann. Okay. Okay. Wenn das hier nicht auch irgendein... Oh shit, falsch. Das wollte ich. Wenn das hier nicht auch irgendein Boss ist. Ach, das ist dieser Avatar des Erdenbaums. Ja okay, viel Spaß. Was hast du denn da eigentlich in der Hand? So einen riesen Lolli? Hast du einen Kinder-Lolli in der Hand für Bäume? Was soll denn das? Den hast du ja nicht mal richtig fertig gelutscht. Oder war das von der Tanke so ein Ding, wo so ein Lolli, wo Würmer drin sind? Nur bei dir war ein Schlüssel drin oder ein Zahnrad oder was das sein soll. Okay, zu arrogant gewesen. Simon kriegt direkt Bestrafung. Okay, das wusste ich nicht, dass du sowas kannst. Aber ich kann auch zaubern. Science, Bitch. Oh, hat nichts gebracht. Ah, okay. Nein! Das war Glück. Da hat mich die Option, hat mich gerettet. Mann! Okay, aber den kann man schaffen. Den werde ich jetzt schaffen. Der ist schaffbar, wirklich. Da muss man halt nur mal die paar Schläge aushalten. Ich müsste auch noch viel mehr aushalten. Ah, welcher ist denn wohl jetzt hier der richtige? Ich probiere mal den Pfahl. Ah, laden ist immer schlecht. Nee, ist ganz okay. Oder? Wo war das denn? War das nicht hier, ne? Oh Mann, ich weiß es nicht mehr. Egal, ich muss ja nur meinen Seelen nachgehen. Na nun, warum sind die? Ach du Scheiße, ist ja wirklich hier, ne? Da ist er ja. Okay. Gut, wir versuchen es nochmal mit Reiten. Nee. Also ja, aber nicht so. Also ja, wir versuchen es nochmal mit Reiten. Also ja, wir versuchen es nochmal mit Reiten. Ah, shit, vergessen. Vergessen die Scheiße. Ah. Da habe ich den dritten Schlag übersehen. Danke, Babalonbandark, für dein Abo. Ich werde das hier heute noch so lange probieren, bis ich den schaffe, weil der ist schaffbar. Hier vielleicht einfach nur rennen. Okay, das habe ich mir fast gedacht. Ja, okay. Ich dachte, ich wäre außerhalb schon. Mann, holt der lange aus heute. Ja, 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 okay. Ich habe es verstanden. Der dumme Baum, er muss fallen. Jetzt hätte ich gerne Feuer. Pyromantie wäre nicht schlecht. Danke auch Kopiernudel und Weißgrip. Für den Support. Ihr seid vor Ort. Das ist schön. Erdenbaum. Mögest du fallen und nie wieder nerven. Dein Simon. Dein Simon. man kann mit dem pferd sehr leicht hinter ihn kommen wenn fertig gefällt mir gerade auf zumindest die erste hälfte der energie müsste damit leicht relativ leicht sehr schwer ist einer schwersten bosse naja wenn er eintrifft dann dann geht's ab noch mal ja jemand sagt es ist geil dass man die gegner auch beritten bekämpfen kann ich finde auch das hat ganz enorm viel auswirkungen dass man jetzt plötzlich so schnell und trotzdem so kraftvoll unterwegs sein kann man kann sich bei jedem boss hat immer einmal denken okay vielleicht mache ich ihn lieber mit pferd ich probiere es mal aus ich dachte im rollen wäre ich sicher war ich aber nicht das machen wir noch mal ich würde ja am liebsten erst fährt ein bisschen hauen und dann machst du die machst du die nahkämpf finisher aber ich habe das gefühl dass man wahrscheinlich so ein bisschen tricksen leichter durchkommt springen das ist es das muss ich an der stelle mal machen mein pferd ist jetzt eh tot okay komm wir versuchen es mal ohne pferden danach noch mal richtig ich 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, oh, oh. Habt ihr gesehen, ne? Voll in das 3 Fektor der Gewalt reingeritten. Seine Hauerei und dann noch diese, diese, diese extra schnellen Zauberpfeile. Aber fast. Es war fast. Fast da, Leute. Jetzt, das ist er jetzt, glaube ich, der Versuch. Zur Sicherheit hole ich mir trotzdem vorher nochmal meine Seelen. Aber es ist kein Anzeichen meines fehlenden Vertrauens in mich selbst. Das Aufstehen dauert auch ein bisschen zu lange bei mir. Das Aufstehen. Das Aufstehen. Das Aufstehen. Mann, ich hab doch gesehen, dass da der zweite kommt. Jetzt lass dich doch nicht wieder killen. Inakzeptabel, inakzeptabel, hier wird jetzt gekämpft, der Typ wird aber sowas von gelegten danach machen wie Brennholz für die nächsten 20 Jahre draus. Dabei hab ich ihn schon ein paar mal so nah dran gehabt. Man muss ja wirklich nicht so viel machen, sich hinter ihm halten, links rechts hauen, aber sobald er eben ein paar von seinen Moves anfängt zu machen, wird's kniffliger. Nein, nicht weghüpfen. Das war ein Schwinger, okay, da kommt dann noch ein Zweier, oder? Schwung, Schwung, jetzt. Den fürchte ich. Das ist auf jeden Fall der Bestrafermove. Reicht's jetzt? Da muss ich aber in den Fairness-Statuten nachgucken, ob das erlaubt ist, so viel Shit auf einmal zu machen. Ein Schlag reicht völlig aus, ne? Aber es wird jetzt gleich ein Moment kommen, an dem wir's schaffen. Und dann werden wir alle sagen, oh, das war aber auch ein geiler Gegner. Das ist es nicht. Das ist nicht so, was wir treffen. Das ist nicht so, was wir sagen? Ja. Das ist nicht so, was wir, wenn ich! Das war's für heute. Das war's für heute. Der war hart, ey. Der war hart. Millisekunde zu spät getimed. Einmal falsch. Einmal... Nein! Nein, 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 nein. Ich war doch diesmal so gut dabei! Ah! Ja, ja, ja! Mann, ich hatte noch Energie! Ich war bereit! Ich hatte Bock! Ich hatte Selbstvertrauen! Aber er hat gehauen! Okay... Okay... Ich war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Komm nicht, mach, mach doch, er ist zu nahm, er kann doch nicht mal mehr aufstehen Komm jetzt Ja, ich habe leider keine wirklich schnellere Waffe im Moment parat, ich habe das Schwert Ein kleineres Schwert noch, ja, vielleicht sollte ich das gleich nochmal probieren Aber es ist wirklich, man kann ihn doch voll schaffen Wir hatten ihn doch jetzt schon ein paar Mal an der Grenze Es ist halt einfach ein bisschen eine Fleißarbeit jetzt Und die Moves lernen ist natürlich auch hilfreich, hilft auch schon besser Also als vorher meine ich, gut Jetzt weiß ich halt, okay, hier kommt dieser Sprung Ich weiß auch mittlerweile wann der, wann diese Homing Missiles kommen oder was das ist Ich hoffe, Zauber Und ich weiß auch, dass es ganz gut ist, sich hier an seinem Hintern aufzuhalten So an dieser Ecke Na, das war's, das war's, das war's, das war's Er kann schon wieder nicht Shit, shit, shit Okay Bitte, 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 bitte Ich mach mal gerade aus, vielleicht hilft das Ich mach mal gerade aus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und zwar gehe ich dann doch einfach mal zum Friedhof der Gestrandeten, wo alles begann und holen uns da diesen Durchgang hier zu was auch immer. Ich weiß nicht wohin. Na toll! Na, man könnte es theoretisch schaffen, glaube ich. Ja, egal, egal, ist jetzt nicht, ähm, ich kriege es entscheidend, aber schon ärgerlich. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Ich hätte schwirren können, ich habe was. Nee, leider nicht. Ach. Oh, kann ich mir was craften? Entschuldigung. Das ist eine gute Idee, wenn das jetzt geht. Ich hab das noch nicht so richtig probiert. Objektherstellung. Was kann man denn craften? Ähm, Vergiftung verursacht. Äh, ne, 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 ne. Leider nichts, was mir beim heilen hilft. Ne, kann ich leider nichts. Ich kann zwar Gifte herstellen, aber kein Gegengift. Wer hat das denn gebaut, bitte? Was hat er sich dabei gedacht? Na komm. Ich hör hinten den Florentin brüllen. Es ist immer wieder schön zu sehen, dass wir alle hier richtig Spaß haben. Videospiele. Der größte Spaß seit sich selbst ein Messer in den Oberschenkel rammen. Leider hilft hier halt springen nicht. Das ärgert mich. Ja. Oh, knapp. Gut. Gut gelaufen. Ob ich das schaffe? Okay, jetzt muss ich auf jeden Fall nochmal hier nochmal hin. Nochmal gucken, was hier ist. Ah ja, was ist das für ein tiefer Moria-artiger Gang? Ich wollte mich dran vorbeischlängeln. Schlechte Wahl. Seine Wahl war Blame. Was für ein dummes Ding, was da die ganze Zeit hoch und runter fährt. Was soll das sein, ey? Besteht nur aus Reifen. Die Reifen töten einen. Okay, jetzt aber. So, rennen, 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 rennen. Oh, das war ein Fehler mit dem Krug. Ah, komm. Ey, aber warum sterbe ich denn hier? Das geht ja durch die Mauer durch. Ich meine, das ist doch gedacht zum sich verstecken. Ihr habt es gesehen, oder? Wie weird ist denn das? Also, jetzt wird es wirklich, das ist wirklich blöd. Okay, wenn ich noch eine minimale Sache kritisieren darf, dann, dass hier immer noch sehr viele Clipping-Fehler bestehen. Aber, pfff, weiß nicht, wie man das jetzt sehen soll, ob das schlimm ist. Es ist halt irgendwie Dark Souls, genauso wie das die Gegner danach so komisch rumliegen. Irgendwie gehört das mit schon zu diesem Dark Souls-Gefühl mit dazu. Okay, jetzt traue ich mich gar nichts mehr. Jetzt warte ich nur noch hier. Ach, das ist der Gegner. Ich dachte schon, das Geist. Die arbeiten doch zusammen, du und die Quetschwalze. Ist das deine Freundin? Ich wollte dich nicht beleidigen. Aber sie ist schon sehr quetschig und sie ist eine Walze. Okay, da unten ist der nächste. Da gehen wir gleich hin. Da wir jetzt mehr als die Hälfte schon haben, würde ich sagen, wir gehen da hin, sobald er nach oben kommt. Tschüss. Tschüss. Oh. Jetzt lebt der auch noch. Okay, da vorne muss ich aber nur um die Ecke. Jawohl. Kommt der auch hier runter? Jetzt traue ich irgendwie dem Ganzen nicht mehr. Siehste? Und das ist dein Kumpel. Okay, hier irgendwo Sicherheit. Irgendwo was zum... Irgendwas. Oh, das ist eine fiese Ecke. Guckt's euch an. Was ist wohl richtig? Hier? Ich probier's. Nee, das war's nicht. Scheiße. Was kann man da machen? Was kann ich da machen, Leute? Abkürzen, sagt jemand. Ja, wir gucken da gleich mal. Vielleicht kann man... Wenn er hier oben ist und man runterfällt, dann ist die... Der Streitwagen doch viel zu beschäftigt. Muss ja erst mal hinkommen. Also ich glaube fast, man könnte abkürzen und dann, ähm... Schnell. Und dann schnell rüber. Das ist noch zu hoch, aber der nächste. Vielleicht ist das hier auch extra dafür da. Oh, komm. Ah, es hätte klappen können. Ich hab jetzt genug, wie ihr seht, genug Zeit. Da hätte ich genug Zeit gehabt. Scheiße, wo... Ah. 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 Keine Ahnung, ey. Runter hüpfen. Ich glaube, man muss... So, wie ich's gemacht habe eben. Abkürzen und dann einfach weiter rennen. Dann hatte man genug Zeit. Das hier kann man ja gar nicht schaffen eigentlich. Also vielleicht schon, aber so nicht. Ja, immerhin weiß ich jetzt, dass da unten nix ist. Okay, wir versuchen es jetzt noch mal mit dem... Mit dem Abkürzen. Das ist aber ein komischer... Komischer Dungeon bisher. Irgendwie ein bisschen weird. Finde ich. Danke, don't worry, be Freddy. Für dein Lob. Das nehme ich sehr gerne an. Finde ich schön. Ist ja auch mal nett, jemandem zu sagen, dass man das gerne verfolgt. Muss ja nicht immer nur Getrolle sein. Okay. Da... Sind wir wieder. Ne. So, ich lass ihn einmal noch hoch... fahren. So. Wenn ihr jetzt hochfährt... Komm, renn. Jetzt schaffe ich es. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, weiß ich auch nicht. Sieht gut aus. Okay, das war der Trick. Deswegen haben die diesen Typen auch dahingestellt, dass man den runterhaut und dann merkt, dass der ja überlebt hat. Ich glaube, das war die Idee dahinter. Ja. Okay. Okay. So. All right. So. Okay. So. 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 Ja, wahrscheinlich Ist der Weg oben noch zu kurz, ne Ich muss warten, bis er runterrollt Glaube ich Ja, muss ich warten, bis er runterrollt Danke Da vorne geht's rechts rein Was für ne harte Falle eigentlich Richtig schlimmer Weg Shit, oh, hier ist ne Statue, oder? Ja, gut, immerhin Okay, Leute Wieder ein Boss Keine Ahnung, was hier kommt Baumgeist Die ganze Mühe für die Scheiße Der ist noch viel zu stark Okay, der ist zu krass, ne Der ist zu krass Wir versuchen es noch ein paar Mal Aber das ist wieder einer Der ist einfach zu krass Aber immerhin habe ich den Weg dahin freigeschaltet Das ist ja auch schon mal etwas Ah, wie ärgerlich, ey Au, hier Ach nee, das sind meine Seelen Ich dachte gerade für eine Sekunde Ich kann jemanden hier zum Helfen beschwören Wow Na, ein paar Mal machen wir es noch Aber das ist mehr Das ist mehr, um Spaß zu haben Das schaffen wir nicht Ich will kurz nur lesen, was hier steht Diese dämlichen Tipps Das ist das, was hier geht Balsam! 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 Ja, der ist halt echt ganz schön huhuhu! Ich probier's noch ein paar mal, aber nur um zu gucken halt. Aber da kann ich, ich kann mit meinem Schild wenig machen. Die Schläge sind schon ganz okay. Wenn ich vorne immer bei ihm dranbleibe, kann ich ihm durchaus auch ein bisschen zusetzen. Aber ja, es ist halt echt reines Glück, dass ich an der Stelle mal nicht in seine Falle komme. Und sobald er mich grabscht und beißt, ist glaube ich Schluss. Oh-oh! 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 Und hier, das wieder ö 내려'. Ich will nicht sagen, man kann ihn so jetzt schon schaffen, nur weil ich ein Drittel mal abgezogen habe, aber man ist vorne wirklich relativ safe. Das einzige Problem ist, dass man teilweise keinen Überblick mehr hat und dann halt rollen muss und dann muss man ein bisschen hoffen, dass man das richtige Timing hat. Aber der ist eigentlich zu stark, aber irgendwie, er ist da und jetzt würde ich ihn auch schon gerne mal zumindest ein bisschen weiter noch legen. Ah, bitte. Ja, das ist halt ein Problem, ich kann noch nicht mal schnell genug Energie zuführen. Ich muss ihn eigentlich killen, ohne dass ich getroffen werde, was natürlich schon schwierig ist. Wir machen es noch ein paar Mal. Danke Jeff Zior für den Abo. Danke. 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 Nein. Egal. Man kommt halt nicht dazu, sich zu heilen. Das ist mein großes Problem. 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 Das ist halt ungeil, in der Ecke sein, festgepinnt. Ich habe das Gefühl, man könnte den machen. Ich glaube, man kann mit dem was machen. Ja, ganz ruhig Chat, ärgert euch nicht. Das wird schon. Lasst die Leute reden, ist mein Motto dazu. Scheiße. Das macht einfach zu wenig Schaden. Krümel-Monster, danke. Jetzt brauche ich Energie. Ich komme mir vor wie PK hier. Energie. Ja, das klappt nicht. Es klappt einfach nicht, weil ich nicht schnell genug trinken kann. Okay. Dann müssen wir wohl es mit einem Energieleistchen schaffen. Ja, das war ein Fehler. Da war ich einfach ein bisschen zu sehr am Spammen. Ja, das war ein Fehler. Ich dachte, ich kann mich vielleicht in der Ecke da irgendwie verstecken. Okay, okay. Jetzt komme ich gerade nicht mehr rein. Wir versuchen es noch ein, zwei Mal und dann machen wir das beim nächsten Mal. Weil, wenn wir ein bisschen stärker sind, ist es ja auch schön zu wissen, dass es hier noch diverse Bosse gibt. Den werde ich mir mal merken. Ist der jetzt denn hier im Untergrund oder wo? Wie soll ich denn da jemals wieder hinfinden? Okay, ich mache mir trotzdem eine Markierung. Okay. 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 Schuss! Untertitelung des ZDF, 2020 Kam nicht weg wegen dem Riesenschwanz Okay Einmal noch Mann, ich war schon so nah dran Ich glaube, ich könnte den noch mit ein bisschen mehr Könnte ich den tatsächlich legen Das glaube ich schon Na komm, ich versuche nochmal die Runde Bande 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Nee, 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 das wird nichts mehr Okay Dann begeben wir uns doch jetzt wieder zurück Schade Aber dann machen wir halt das nächste Mal Ich habe keinen Bock auf so Geschichten wie bei Nils Jetzt hier vier Stunden lang Mich mit irgendeinem Gegner auseinanderzusetzen Das ist Quatsch Man muss auch merken Wenn man nicht stark genug ist Und das ist so ein Moment Aber immerhin habe ich die zwei Schlüssel cool eingesetzt Was ist eigentlich mit dem Boss hier Habe ich den Ich gucke mir den gerade mal an Ob ich den schon habe Ari hat da noch eine Wette Ja, das tut mir leid Dass die Wette Jetzt nicht mehr aufgelöst werden kann Oh, egal Verklickt Irgendwann muss ich auch mal ausprobieren Wie stark der Drache hier ist Aber da habe ich bisher kein gutes Gefühl mit Ach hier, das ist schon der Boss Der Drachenboss Ja, das wird nichts Na gut, wir machen es einmal Nur damit ihr es einmal gesehen habt Den werde ich jetzt aber nicht schaffen Na nun, das ist irgendwie neu, oder? Ich verstehe Ich verstehe Nee, aber er ist krass, ne, er ist ein geiler, er ist ein geiler Drache, ich habe jetzt hier aber überhaupt gar nicht das Setup, um den zu besiegen, da muss ich echt noch stärker werden, gute Rüstung haben, vielleicht was gegen Feuer, vielleicht auch seine, seine Nemesis-Geschichten wissen, also was, äh, was sind seine Schwächen. Oh, oh, oh. Ja, es kann ganz schön wehtun, ne, auf die Zinken einen draufzukriegen. Ich hab den Schwanz sogar gesehen, aber es hat leider nicht gereicht, ja, ich hab nicht genug Energie und ich halte, wie gesagt, nicht genug aus. Und ich brauch vielleicht mal eine andere Waffe, die irgendwie ein bisschen schneller ist oder so und natürlich Magie, werde ich mir auf jeden Fall holen, auch wenn der bei dem Drachen hier gar nicht so viel bringt, das hab ich beim letzten Mal schon gemerkt, da hab ich nämlich mit dem Gefangenen gespielt. Nee, man kann ihn halt nicht schaffen, also, natürlich kann man ihn schaffen, äh, haben ja auch viele schon gemacht, nur ich kann ihn jetzt gerade nicht schaffen. Naja, da muss ich wohl ein andermal hin. So, was war denn hier noch, war hier nicht auch noch irgendein Boss? Die hatten wir schon, oder? Die hatten wir schon, oder? Hier waren wir schon. Hier bei den Pödelpudeln. Todespudeln. Ja, ja, ja… Ja, ja, ja… Ja… Die Kiste hol ich mir noch. Oh, nein… Jetzt, was passiert jetzt? Ich bin gestorben, bevor ich in die Geheimniskiste kommen konnte. Gute Frage, ne? Gucken wir mal Ja, gehen wir doch mal kurz runter Da war ja scheinbar noch eine Kiste, die uns irgendwo hin entführt Ich weiß nicht, aber ich hab das Gefühl Da war ich schon Irgendwie in dieser Kiste Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, aber ich weiß nicht Kristalltunnel von Celia Kenne ich noch nicht Aber immerhin gibt es jetzt eine richtige Kiste Oder komme ich jetzt wieder zurück über die Kiste Gravitationssteinfächer Interessanter Kram Okay, wir machen mal kurz Atmotech Und ihr guckt euch das ein bisschen an Und dann sehen wir uns wieder Und dann sehen wir uns wieder Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020 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 Danke, Akim7. Ich bin sehr, sehr angespannt gerade, weil ich das Gefühl habe, ich bin hier komplett in verbotenen Ländern, eine Ecke, wo ich vielleicht besser nicht wäre, allerdings halten die wenigstens nicht ganz so viel aus, aber ich auch nicht und ich habe keine Ahnung, hier kann man überall hin, alles ist eklig, alles ist giftig. Scheiße, das war es wahrscheinlich jetzt. Na, immerhin kann ich noch ein bisschen einsammeln, Giftblüten. Alter, ich habe endlich, ich habe endlich einen Zauberstab, meine Freunde. Simon K. hat einen Zauberstab, ab jetzt wird gezaubert. Wie geil. Okay, ich habe natürlich nur nichts. Also noch, ich habe einen Spruch gekauft und vor allen Dingen keinen Zauberstab gefunden. Wollte gerade eben noch schnell schlucken. So, ab jetzt kümmern wir uns richtig schön ums Zaubern. Das wird geil. Kurz mal gucken, wo wir jetzt reinkommen. Ob es sich lohnt, ich werde gleich noch mal kurz ein Päuschen machen, aufs Klo gehen und Kaffee holen. Ihr könnt, ah, die Sümpfe, okay. Ich bleibe hier mal stehen. Wahrscheinlich wird mich gleich irgendwas aus der Ferne weg schnabulieren. Ihr könnt gerne mal gucken. Er ist einfach toll. Da ist er, ne? Die Nase. Und jetzt machen wir kurz Werbung, aber nur drei Minuten danach sind wir wieder hier. Ich werde wieder Zauberer. Dann gucken wir mal, wo wir landen. Und um 18 Uhr, ne, Entschuldigung, um 20 Uhr, kurz mal Erklärung. Heute um 20 Uhr ist Chat-Duell. Und zwar die Simpsons Stimmen gegen die Simpsons Fans. Das bedeutet, da ist der Florentin und ich und noch zwei andere, glaube ich, oder einer, gegen die Stimmen der Simpsons. Also ich bin sehr gespannt. Chat-Duell ab 20 Uhr. Und danach bin ich wieder hier und es wird weitergespielt. Also ihr verpasst nichts. Aber das lohnt sich meiner Ansicht nach. Ja, The Panther kriegt von mir ein Dankeschön für das Abo. Und gleich fangen wir an mit dem großen Magie-Training, würde ich sagen. Machen wir so eine Magie-Montage und dann lerne ich das. In drei, vier Minuten kann ich das alles. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Bis dann, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke, Onkel Morton und ProLoyal. Wir sind bei 1812 Abonnenten. Eine geile Zahl, große Zahl, der auch Redface304 jetzt noch ein weiteres Abo hinzugefügt hat. Das wäre nicht nötig gewesen, aber ich werde mich auch nicht beschweren. Okay, wir haben den Zauberstab. Ey, es ist wirklich so, dass ich die ganze Zeit drauf gewartet habe, bis ich ja nicht mal einen bekomme. Ich habe ja den Bettler ausgewählt. Dadurch habe ich am Anfang gar nichts und muss sozusagen mit dem leben, was ich so bekomme. Und das war bisher eigentlich auch gut. Die Welt war gut zu mir. Oh, das wird eng, das wird eng, das wird eng, das wird eng. Okay. So, festen Boden unter den Füßen, auch wenn er stinkt und schwefelig ist. Hier kommt die dunkle Energie. Mein Gott, das ist aber von allen Seiten gefährlich, ne? Kein Wunder, dass hier ein Magier liegt. Der hat seinen Meister gefunden. Ja, die denken, die können hier groß rumposen mit ihren kleinen grünen Rotzbällchen. Aber in Wirklichkeit, ja okay, doch, shit. Es ist zu schnell, oder was? Einer? Boah. Okay, Leute, wir reißen uns jetzt alle zusammen. Ihr, reißt euch zusammen, verdammt. Wir brauchen ein anderes Schwert wieder. Habe ich denn jetzt das Breitschwert? Kann ich doch nehmen, das Doppelte. Kann ich mir eigentlich mal gönnen. Hier, was brauche ich denn? Da seht ihr, mit Weisheit skaliertes, mit S. Das bedeutet, der ist unfassbar gut. Weisheit auf 18. Okay, Stärke. Oh, was machen wir jetzt, ne? Stärke bräuchten wir eigentlich auch noch auf 30. Stärke auf 30, Weisheit auf 18, Geschick auf 14. Oh Mann, ey. Okay, merkt euch das. Weisheit auf 18, Geschick auf 14 und Stärke auf 30. Das ist ein langfristiges Projekt hier. Okay, welches war denn das? Der Dolch ist nicht Schwert, der Getreuen war es. Nicht Großschwert ist das, was ich nutze. Da ist der Zweihänder. Ach, ich brauche ja immer noch einen Geschick. Oh Mann, ey. Ne, dann nicht. Dann nehmen wir das Ding hier. Das normale Schwert. Ist ein bisschen schneller. Moment. Wo bin ich denn jetzt? Ach ja, okay. Jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal hin. Wie rechts lang? Scheinbar. Ja. Viele haben gesagt, ich soll den Unsichtbaren hier töten. Müssten wir mal ausprobieren, ob das überhaupt geht. Ich weiß ja gar nicht wie. Einfach reinhauen, wenn der in der Nähe ist. Scheinbar nicht. Guckt euch den mal an. Wie geil ist das denn? Hat ihm aber auch nicht geholfen. Vier Hände, trotzdem Ende. Wie der auf den Boden durchdreht. Weil er völlig durch ist mit seinen ganzen Messern. General Grievous. Er würde gerne mit dir mal diskutieren. Über seinen Trademark. Danke Priest. 1, 5, 6. Ah. Okay, hier läuft der Unsichtbare rum. Den holen wir uns jetzt. Na, man kann den nicht erwischen, oder? Der müsste ja eigentlich hier nochmal vorbeikommen jetzt. Naja. Das kann ich vielleicht ein anderes Mal machen. Kann man den killen? Ich glaube nicht. Na, das wird doch wieder nix. Das wird doch eine Sisyphus-Aufgabe. Das wird doch wieder nix. naja, muss auch nicht muss ja auch nicht naja, ich meine, ist das Schwert eindeutig ein bisschen schneller hilft mir hier vielleicht wirklich ach das Beten muss ich da drüben auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren ich habe aber glaube ich noch nicht die richtigen Bewegungen dafür jawohl Endlich haut das Schwert mal mehr rein. Weil es so schnell ist. So, habe ich denn... Meine Seelen habe ich bekommen. Meine Runen. Okay. Hier kann ich halt leider nichts machen. Ich möchte gar nicht wissen, was da ist. Sollte ich es wirklich rufen wollen? Warum? Oh, gut. Ne, da ist der Richtige. Okay, wir haben noch knapp anderthalb Stunden, bevor ich Pause machen muss. Ärgerlich, aber nicht vermeidbar. Und ich muss sagen, ich freue mich auch tierisch auf die auf die Chat-Duell-Folge. Jemand aus der Social-Media-Abteilung hat Gregor, Florentin und mich und natürlich die Simpsons-Figuren in Simpsons-Look gestaltet. Und könnt ihr euch auf Twitter angucken. Hat mir wirklich sehr, sehr lustig. Na, man ist so schnell hier vergiftet. Na ja, das war wirklich abzusehen. Ich habe es wirklich kommen sehen. Der ist stark. Der hält viel aus. Der Dreckshund. Zurück. Noch einmal zurück zu den Seelen. Und das ist hier echt auch ein Gebiet, da kann man schon mal drei oder vier Mal durchgucken. Ist ja riesig. Die muss man halt schnell machen. Das ist glaube ich die Lösung. Das Schild bringt manchmal gar nicht so viel. Das sorgt eher dafür, dass die Gegner noch mal eine Chance kriegen, weil man plötzlich so gestunnt ist. Komisch. Also, ich weiß nicht genau, ob das Schild noch irgendeinen Effekt hat, den ich mir noch nicht angeguckt habe, den ich noch nicht verstehe. Aber es wundert mich schon ein bisschen, dass ich da so gestunlockt werden kann. Wie ist die Performance bei dir? Also, Andernix, ich kann nichts sagen. Also, nichts Schlechtes, weil es läuft hervorragend. Na komm, jetzt raste doch mal. Es läuft hervorragend. Es hat ja hier und da mal irgendwie kurze, schnelle Ruckler. Das wirkt aber eher, als ob da einfach schnell oder zu schnell der Rest der Welt geladen wurde oder so. Ansonsten nichts, was irgendwie permanent ist oder so, was einem den Spaß verdirbt. Überhaupt nicht. Okay, jetzt machen wir endlich mal den Stufenaufstieg, auf den wir schon die ganze Zeit warten. Jetzt habe ich ja die Wahl. Was muss ich denn? Na gut, habe ich ja schon Weisheit. Okay, komm, ich packe mir wirklich noch zwei in Stärke und dann fange ich an mit der Zauberei. Je länger ich warte, desto schwieriger wird es natürlich. Ist ja klar. Danke, Hunter 289. Mann, Simon da. Danke auch, Kockzree. 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 Oh, das ist doch mal, das sind doch mal Runen. Da mache ich die Taschen auf. Jawohl. Okay, komm. Zack. Jawohl. So, ab jetzt, Leute. Ab jetzt. Vier auf Geschick. Oder wir machen Geschick und Weisheit. Geschick und Weisheit. Geschick und Weisheit. Die ganze Zeit. Bis wir das haben, was wir brauchen, um den Zauberstab benutzen zu können. Ich zeige ihn euch mal. Viele wollen da immer die Sachen nochmal sehen. Da. Körperlich gar nichts, aber magisch gar nicht so schlecht. Wie gesagt, skalieren mit Weisheit ist schon mal sehr gut. Jetzt muss ich natürlich auch Weisheit haben. Dazu brauche ich erstmal 8 noch. Also 8 mal Weisheit. Okay. Naja. Es kann dauern. Nein. Da will er sich nämlich immer wegteleportieren. Okay, die ganzen Aschen muss ich mir irgendwann nochmal angucken. Man kann mit den Aschen seine Waffen verbessern. Sobald ich weiß, was ich haben will, werde ich mir, wie zum Beispiel den Magiestab, werde ich mir das Ding dann auch richtig noch buffen und richtig schön machen und anmalen und ihm einen Namen geben. All diese Sachen. Aber im Moment bin ich aber nur fasziniert von dieser geilen Optik und dieser Welt, die genau so aussieht, wie man es eigentlich erwartet. Morbide, ekelhaft, unangenehm und das, obwohl der Rest der Welt so schön aussieht. Oh Mann, die sind stark, oder? Ich glaube, die sind stark. Ja, ja, alles falsch gemacht, aber die machen es auch gut, ne? Die haben diese lange Lanze, die gehen einen Schritt zurück und dann stich, stich mit ihren 100 Händen. Das ist kein 1000 Füßler, das ist ein 1000 Händler. Also eigentlich Amazon. Das ist jetzt so ein Nils-Witz. So weit ist es schon, der Nils ist nicht da, jetzt muss ich Nils channeln. Wie kriege ich jetzt meinen Kraten zurück, ohne dass die, dass ich mit denen nochmal kämpfen muss? Ich suche, oh, das ist so ein Pumpkinhead. Ei, 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 der wird doch sicherlich richtig schlimm und anstrengend. Und dann so viele noch daneben. Ui, 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 ui. Erstmal hier den Battle erledigen. Boah, die halten wirklich viel aus. Okay, dann ist der Pumpkinhead sicher auch nicht ohne, ne? Warum will ich es denn auch immer wissen? Warum will ich es immer wissen bei diesen fiesen Drecksgegnern? Und wieder laufen wir in Richtung unserer verloren gegangenen Ehre und sammeln sie ein. Die verlorene Ehre des Maikrieger. Das ist doch mal geil, ja? So will ich das einfach nur dich. Das wollte ich von Anfang an. Harter Schlag, okay, akzeptiert. Alter. Ich bin hier einfach noch nicht im richtigen Gebiet, ey, für mich. Aber es macht auch Bock, sich hier mit diesen Monstern zu duellieren. Wobei es ist kein Duell, ne? Wenn nur einer trifft, ist es kein Duell. Es ist einfach eine Verprügelung. Noch einen dritten und einen vierten. Du kriegst so einen Brummkreisel. Guck dir das mal an, der hört ja gar nicht mehr auf. Au, und den fiesesten Headbutt ever. Ja, okay. Nein, nein, das ist nichts für mich hier. Da muss ich doch mal gucken, ob ich nicht vielleicht vorher noch mal ein paar andere Sachen finde. Wir kommen wieder, keine Sorge. Da flüchtet er mit seinem Fitzel in schönere, einfachere Gefilde. Frage ist, ob es welche gibt. Da ist ein Riesenturm, wäre auch interessant. Ah, okay, das ist die Ecke, wo diese Riesenhunde sind. Da war ich nämlich letztes Mal. Da hier wird echt, hier ist schon ein herausforderndes Gebiet, muss ich sagen. Jetzt mal gucken, was ist hier unten noch? Nichts. Sumpfufer, Ruinen, Kristalltunnel. Ja, ja, ab hier wird es echt heftig. Habe ich das Gefühl. Dann gehen wir mal zum Fäulnisbalkon. Und suchen uns mal vielleicht, ja, hier noch mal einen Gegner. Marker entfernen. Ich muss bei Marker immer an Dead Space denken, das ist so lustig. Ich komme nicht. Jedes Mal, wenn ich Marker, habe ich dieses Bild von den Markern in Dead Space im Kopf. Ich habe den Zauberstab, kann ich euch gerne zeigen. Ich glaube, ja, irgendwo hier. Also ich glaube eher hier im Sumpf. Ne, Moment, das war hier, ne. Kristalltunnel. Also ungefähr hier habe ich diesen Zauberstab gefunden. Kann man sich ja mal angucken. Der liegt in so einem kleinen Gebäude. Ist da so ein Zauberer, der durch ein Fenster gefallen ist. Und der liegt im Fenster drin. Und da drin sind auch ein paar Monster, aber eigentlich nicht so schwer. Und da ist dann der Zauberstab. Und ich freue mich jetzt schon so sehr darauf, den irgendwann benutzen zu können. Und dann habe ich nämlich endlich den Kampfmage, den ich immer haben wollte. Noch. Komisch, Mom, ist das plötzlich weg. Hier waren wir doch auch schon, oder? In der Kirche waren wir doch schon. Nein, keine Verschlingerin. Toll, da bringt es. Ich mag es überhaupt nicht, wenn das Schild wirklich gar nichts bringt. Wofür habe ich es denn dann? Ich brauche ein besseres Schild. Ja. Ist ja ganz toll. Da kannst du sicher mit dem Staubwedel, kannst du richtig schön die Bude sauber machen, wenn du das kannst. Natürlich kannst du das auch, wenn du ein Mann bist. Das ist klar. Staubwedelei ist sehr männlich. Ist ja quasi die Vorstufe zum Üben, äh, zum Kämpfen. Alter. Ne. Ich werde nicht verlieren. Nicht gegen die eine wie dich. Ach, zum Glück habe ich so viel Ausdauer. Also vergleichsweise viel. Ach, komm, nö. Wieder so ein Ein-Hit-Shit. Der ist nicht cool. Okay, hier ist die... Da, ne. Diese Kirche bei dem Baum. Also dich werden wir aber sowas von jetzt kriegen. Invasion. Ich bin auf jeden Fall. Okay. Also dich ein, dass du da bist. Oh, ich bin auf jeden Fall. 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 Okay. Ja, und schon wird wieder, genau, wegen der Invasion, ist mein Pferd weg. Kommt die nicht mehr? Okay, gut. Hier will ich noch vorhin. Kann ich nicht, okay. Wo ist sie denn da? Anastasia. Ich bin Anastasia. Shit. Ich bin Anastasia. Ich bin Anastasia. Nur einen ganz kurzen Applaus. Rekusant. Ich bin Anastasia. Dachte ich mir schon, Stufen gibt es noch nicht genug, aber man kann ja mal gucken. Nee. Nee, ich mache es trotzdem. Aber eigentlich, nee, völlig Quatsch. Okay, noch ein bisschen killen. Zeit killen, aber auch Gegner. Dieses Panorama, ey. Ich habe ja am Anfang gedacht, dass man zu diesen Bäumen, dass man zu diesen Bäumen hinlaufen kann. Ich meine, im Grunde stimmt es auch, aber die sind eben nicht so, sind nicht das, was man erwartet. Quasi Geisterbäume. Ah, okay. Und jetzt sind wir wieder in Limgrave. Hier auf der Karte, ja klar, das ist die Ecke. Okay, dann würden wir jetzt mal ein bisschen leveln. Ein bisschen leveln, damit wir uns mal den Zauberer angucken können. Und dann werden wir mit dem Zauberer ein bisschen Action machen. Und uns hoffentlich 16 Weisheit holen. Aber ein paar Gegner werden jetzt schon gar nicht so schlecht, ne? Das Reitpferd ist übrigens ein, ich glaube es ist eine Ochse. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube es ist eine Ochse. Er hat auf jeden Fall Hörner. Ich meine, es kann natürlich auch ein Fantasiewesen sein, ist ja klar. Simon, wirst du irgendwann Tomb Raider 1 weiterspielen? Also ich muss sagen, mir hat das sehr viel Bock gemacht, den ersten Teil wieder zu spielen. Aber ich weiß nicht, ob ich den, also ich werde ihn sicher mal irgendwann, mal so aus Interesse nochmal so einen Nostalgie-Flash haben. Und ich werde es aber nicht durchspielen oder so. Also ich spiele das auf jeden Fall gerne mal wieder. Ich war auch sehr überrascht. Aha. Ich war auch sehr überrascht, wie viel... Ah, interessant, okay. Ist sie jetzt tot? Ne, die kommen immer wieder. Shit. Ich war sehr überrascht, wie viele Leute das geguckt haben. Und ja, es hatte halt überraschend viele Klicks auf YouTube in Relation zu seinem Alter und auch der Länge des Videos und allem. Normalerweise haben kurze Videos zu alten Spielen bei mir nicht so mega die Klicks. Das Ding ging mega ab, hat mich sehr überrascht. Und da hatte ich mir auch vorgenommen, es irgendwann nochmal zu machen. Aber es ist halt im Moment einfach so viel, was man machen kann. Man kommt ja gar nicht mehr hinterher. Nochmal schlagen aufs Skelett, wenn es liegt. Okay, werde ich mir auf jeden Fall merken. Ah, Zwiebelritterkopf. Komm, wir machen mal kurz Atmen. Also, da sind so gemünikt nach점atisch. Aber sind mal kurz oder be difficile. Ä nicht mehr so gut auspacken. Bei82 Global ging es Ihnen sogar sehr, sehr viel stärker. Also, das heißt, dass wir da runtergehen. Also, da wasn't Ouija ist, was das Segal noch? Nein, jetzt feiert Fröhlich ein paarümüz sind. Untertitelung. BR 2018 Oh, dear. Am I... I... Terribly sorry. Are you here as a customer? Oh, dear. Am I... I must apologize. I'm afraid I've very little to offer. Oh, dear. Am I... Oh, dear. Am I... Oh, dear. Am I... Das war's. 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 Was? Das war's. 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 Der Typ. Das war's. Das ist. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Parade. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Gut, der hat's. hat sich nicht wirklich gewährt. Das war's. Das war's. das war's. Das war's. Das war's. Ah, das war's. 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 Und auf links. Das war's. 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 You're graft, das war's. Das war's. Weg. Das war's. Das war's. Das war's. das war's. das war's. Okay. Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, was ist. Oh, was ist. Das war's. 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 Das war's.